Hi Lokos, was geht ab Freunde? Willkommen zu einem neuen Video, es ist 1 Uhr 7.40 Uhr. Ich hab das Gefühl, das ist ein Fehler, nachts auf OmeTV zu gehen. Weil nachts trifft man immer die gruseligsten Gestalten, aber wir wagen das Experiment trotzdem. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefällt. Und abonniert den Kanal, wenn es euch nicht gefällt. Where are you from? Skiptare? Bosnia, Bro. Republik Serbisch. Serbian? Yes. No, Skiptare! Nein! Hör auf, bitte nicht! Ist das... Hallo? Wohl, gutes Standbild, gutes Internet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hör auf! Nein! Oh mein Gott, sorry! Kennt ihr mich? Äh, Hamlet oder so? Rohat heißt ich! Du bist nicht Rohat, ich weiß, wer Rohat ist! Ah, du weißt aber nicht genau, wer ich bin! Sorry, ich bin grad... Ey, ey! Man, oh, male, Leute! Nöööööö developing Hab ich heute mit mir fertig gefällt, ne? too far Ich brauche, eigentlich rauche ich nur Zigaretten. Zigaretten sind besser als Vape. Ich schwöre auf meine Mutter. Oh, auf meine Mutter, ich schwöre auf deine eigene. Ich schwöre auf meine Mutter. Sag Nein zu Vape. Sag Nein zu Zigaretten. Sag Nein zu alles, was man raucht. Außer Liebe. Meine Frage, wie findest du? Maschallah, Bruder. Aber ein bisschen Titte guckt raus, ja? Thomas Müller. Ich schwöre Thomas Müller an Dick. Was ist das? Was ist das in deinem Gesicht? Ist das eine Rolex? Ich weiß wer du bist. Die Schwester von Tilo. Ey, ist alles gut bei dir? Ich hab ehrlich ein bisschen Angst gerade, auf Ernst. Ja, aber ist alles gut bei dir? Egal, ich bin Rich. Ja, aber ist egal ob man Rich ist oder nicht. Egal, ich bin Rich. 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 Ich bin Rich. Ey, aber eure Stimme jetzt nicht so gedämpft. Ist das normal? Wir sind mit Auto verbunden. Ich bin laut, kann das sein? Ja. Was gibt ihr? Was gibt ihr? Ich möchte jetzt einmal durch die Runde hören. Was gibt ihr mir von 1 bis 10, okay? Also wärst du nicht ein Typ, würde ich dir fast ehrlich sagen, dass du so 10 von 10 bist. Aber da du ein Typ bist, pushe ich jetzt nicht dein Ego. Weil das, äh, ich spreche aus Erfahrung, kommt ein gut. Sagen wir so eine solide 6. Von der 10 auf eine 6? Okay. Weil mich nicht kennen und dein Ego nicht pushen wollen. So eine 80. Ich gebe euch insgesamt zusammen eine 2 von 10. Okay Mädchen, ich wünsche euch was, ne? Viel Spaß noch auf OmeTV. Hoffentlich sind hier nicht zu viele... Ihr wisst schon, was ich meine. Schwänze. Richtig fett im Weg, Alter. Solche Geräte... Hallo. Hallo. Ohne Spaß jetzt. Wirklich kein Joke. Nice Haare. Stopp. Ich wollte gerade sagen, du bist sehr attraktiv. Ich werde rot und sowas. Das will ich nicht. Ich will cool aussehen. Ey, du hast 2 Katzen in der Augenbraue. Ich habe auch einen. Ja, du sind halt cool. Nee, nur ich eigentlich. Weißt du was, ehrlich, richtig cool ist? Diese Haare. Ich wollte mir auch mal so helfen, aber ich traue mich nicht. Kannst du Beatboxen? Also ich kann es probieren. Weil dann mache ich Freestyle darauf. Ich brauche einen Treppenkopf in meinen Arsch. Okay, ich gebe ein und wieder. Okay, von der Leine ab. Leine, der dick kommt von hinten. Sie nimmt mich von hinten. Digga. Ich brauche Cox. In meinem Mund. Ja. Und ich nehme ihn dann in den Mund. Ich stecke ihn mir hinten rein. Du weißt, es wird mir sehr gefallen. Du nimmst ihn dann auch einmal und ich sage nein, nein. Der gehört mir. Ich gebe dir 4. Schwänze in dein Gesicht und du sagst, das gefällt mir. Ah, yeah. Dick. Hamed? Nein, nein, nein. Ich bin gut. Hey Hamed, ich küsse dein Herz. Ich leid's auch. Aber guck mal, ich muss eine Sache sagen. Ronaldo ist trotzdem besser, Bruder. Wie geht's hier? Wie alt bist du? Gut. Ich bin 16. Bluff. Nein, Bruder. Aber warum hörst du so diese flirty Musik und so? Robert. Wow. Was glauben wir? Digga, labern wir doch nicht. War doch gut. Meine Brüder. 300 Gramm danach. 100 Kilo, 300 Mann. 100 Kilo, 300 Mann. Es war kein klapp. Bam, bam. Das war er. Hamed Loco? Ja, Özil. Ja, Ganas, ja. Ey, was geht ab, Hamed Loco? Oh, Özil, Bruder. Jawohl. Wir haben ihn. Zeig mir jetzt dein Outfit. Weißt du? Boah, fresh, ja. Man muss ein bisschen drippen, du weißt doch. Bist du Young & Hungry? Bruder, äh, ja, Bruder. Ich würde sagen Young & Hungry. Ey, bist du nicht der von Dings? Vor allem für die Stimme, Digga. Genau. Genau der, oder? Nein, Digga, ich hab dich ein bisschen nachgemacht, Mann. Ich bin der größte Fan von dir. Das ist gar nicht meine Stimme. Doch! Ich... Nein! Was ist das für ein Outfit? Ich komm... Ich komm vom Skifahren. Das... Jungs, das ist einfach Hamed. Das ist... Das ist ein YouTuber & Streamer. Der ist brutal. Wirklich. Vertraut mir. Und... Der hat... Scheißegal, der hat viele Zuschauer. Und... Das ist so ein Scheiß-Zigeuner. Der glaubt bei jedem Event, wo der ist. Viel Spaß noch. Ja, dir auch. Warum hast du eine Schaukel im Hintergrund? Oh. Kannst du mal schaukeln? Kann ich schon, ja. Mach mal. Aaaaaaaahhhhhh Digga. Der Schaukel geht einfach in sein Zimmer. Jesus Christ. Ja, ok. Hau rein, Bro. Hau rein. Hau rein. Gib deinen Vater, heil! Das war's Digga. Das genug, ehrlich. Es ist 3 Uhr noch was. Lass'n Down nach oben da. Oder ich kann... Ich werd' nicht mehr schlafen können. Das war's mit dem Video, lass dein Like und Abo da, folgt ihm auf Twitch, folgt ihm auf Twitter, supportet ihn. Nicht auf YouTube oder Twitter, juckt mich nicht so, kannst mich auf YouTube. Auf YouTube auch, auf OnlyFans auch.